So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Far Cry Primal. Gut, wir schauen mal kurz rein. Vielleicht kriegen wir da wieder was, was wir mitnehmen können. Ist alles voll, super. Violette Pflanze nehmen wir auch mit, nehmen wir auch mit. Alles nehmen wir mit. Wir plündern hier alles. Dankeschön, das nehmen wir auch mit. Und Fälle haben es noch immer keine. Okay, gut, wurscht. So, wir haben da so einige Aufrufezeichen, wie man da sieht. Werden wir mal reden mit denen. So, grüß dich, gell? Da ist die Jägerin, die haben wir rausgeholt im letzten Part. Okay, schauen wir mal, ob wir das gleich machen können. Jawohl. Da hast du einen Hüten. So, Fähigkeiten. Schleuder, super. Das ist das, was ich euch vorher erklärt habe. Man kriegt halt immer einen Bonus. Dass man da immer wieder mehr kriegt. Nicht, dass da ein Hirsch liegt für mich. Danke. Das Fleisch hätte ich auch gern. Danke. So, und jetzt reden wir mal mit der Dame. So, und jetzt reden wir mal mit der Dame. Das ist das, was ich nicht. Das ist das, was ich nicht. Wie geht das? Nicht das, was ich als ich nicht. Das ist das, was ich nicht. Ich muss mich doch nicht rein. Ah, ganz gut. Aber ich bin gerade in Rufe. Das ist das, was ich? die sollte jetzt da oben sein irgendwo schauen wir gleich mal und das ist mittler ok den krieger muss ich auch mal rausholen aber jetzt bleiben wir mal noch kurz da nämlich er will auch noch mit uns reden der handwerker nämlich da müssen wir auch noch die hütte bauen das ist der hütten baupart hoffentlich kann man das gleich machen so reden wir mal mit ihm servus christi so schauen wir mal kann man auch gleich machen sehr gut so belohnung tatü tatar alles mögliche wurfmesser wurfgeschosse dankeschön so und der will dass man auch gleich noch mal mit ihm reden das machen wir natürlich auch wie das war 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 da der fete qua Ich freedoms mich so, und. So geht es doch her. Jetzt unser Leben! Widerjesa! Wir gehen jetzt mal! Wir gehen jetzt mal weiter! Wir gehen jetzt mal. Wir gehen hier! Ich bin nicht so, ich bin nicht so. Ich bin nicht so, ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. So, Mission. Hinzugefügt. Schauen wir gleich mal wo die ist. Tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütütüt Gibt es da noch einen? Jawohl. Einen gibt es noch. Der Schamane. Uiuiuiui. Jetzt werden wir gleich wieder unter Drogen gesetzt wahrscheinlich. So, dann reden wir mal mit ihm. Mal schauen, ob wir den auch gleich raufstufen können. Nein, da brauche ich ein seltenes Löwenfell dafür. Okay. Viel Spaß nochmals mit der Katzin. Ah, warwaddi. Uguam. Tishayu. Gasuri. Aalya. Vagwe. Uudambi. Upafi. Udambi. 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 Uuuh. Uuh. 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! So, grüß euch, Leidl, gell? So. Nicht anfassen. Finde die Steinfrau. So, wir können jetzt wieder spurten hier. Müssen das einfach nur durchkämpfen. Es schaut aber ziemlich leibend aus hier. Passt auf. Ja, ja. So schnell kann das gehen. Erinnert mich irgendwie an einen Bud Spencer-Film. Wenn Bud Spencer seinen Gegner eine Attachung gibt, fliegen die auch immer so weit nach. Wir sind hier hinten. Zerspiegtern uns natürlich nicht dabei. Haha. Flüchtets von mir. Lüftet. Pistig. 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 So, na dann verpiss dich mal von mir. Warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall krank, finde ich persönlich. Die Vision, dass ich sie kriege oder irgend so was, ich habe keine Ahnung. Heilen tun wir uns eh immer gegenseitig, ja, ja, das passt schon, um Gottes Willen. Einfach hinterherlaufen. Na komm, verpiss dich. Das wird jetzt ein bisschen dauern hier. Aber ich muss es leider Gottes machen. So, zack. Ja, fliege mich so auch um, alles ist cool. Zack. Alter. Steh auf. So, und weiter geht's. Verpiss dich. Das war der Ultimate Warrior hier anscheinend. Na ja, kommt's nur alle. Zack. Noch so einer. Okay. Immer drauf. Steh an, steh an, steh an. Sehr nice. Und drauf. Und der nächste Ultimate Warrior. Irgendwann reicht's auch, hm? Wo seid's denn? Ich sehe euch gar nicht. Ich tänzel um ihn herum. Perfekt. Und wieder ist sie weg. Noch wer? Ha? Ja, ja, kommt's nur. Mir macht's Spaß. Kannst du bitte sterben, Alter? Komm. Stirb jetzt. Kann ja nicht wahr sein. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse, Alter. Ja. Ja. Zerstöre ich die Steinfrau. Na dann. Wadimadimadimas Wadimadimadimas Shuntadabadabu Kalaita Udampacham Shraaash Yagisusarta Swarga Marmari Mokwadi Udamshashkwani slata Udamsh Masupniyapacham Oh, oh dear. Oh, oh dear. Oh dear, uh dear. So. Falls immer wieder Level up. So, schauen wir ganz kurz. Ja, sie will auch was von mir. Das ist gut. Du bist da hinten. Okay. Ah ja, genau. Das ist das mit ihm. Groß-Drawa-Bollwerk Das ist sehr schwer Das habe ich auch noch nicht gemacht Das wird für mich dann alles dann blind sein Ein bisschen habe ich halt gespielt, wie gesagt 12% habe ich geschafft Von geschichtlichen bin ich ein bisschen weiter gekommen Wie ich halt selber gespielt habe Aber es passt schon So Mädchen Ja, können wir auch machen So, schauen wir mal, ob wir dich aufwerten können, Mädchen Ah, dafür brauchen wir noch vier Mammuthäuter Okay, das ist gut zu wissen So, die Jägerin glaube ich kann ich auch noch nicht Ja, selten nicht hier schaut Okay Was machen wir? Was machen wir jetzt noch? Das ist ja eigentlich der Part Wo ich eigentlich mache, was ich will Haben wir irgendwie Ein Leuchtfeuer oder sowas Da unten rechts Ja Was ist das? Das sind Außenposten und das ist ein Leuchtfeuer Machen wir das Leuchtfeuer, würde ich sagen Alter Okay, wir machen das hier Zack Und wir Teleportieren uns dahin Sehr gut Irgendwas will ich jetzt noch hier machen Nämlich nur Häuser bauen Eine Vision haben wir zwar gesehen, aber trotzdem Ich möchte trotzdem noch etwas machen Hier in dem Part Was haben wir? Na, die will ich nicht So, und ab geht's Die Fähigkeitspunkte sollte ich auch einmal ausgeben Wie weit ist denn das weg? Ah, das ist schon ziemlich weit weg Aber dafür haben wir es dann Alter, Forder Nein, gegen den kann ich nicht Gegen den komme ich nicht an Selbst nicht mit meiner Wildkatze Alter Gegen den komme ich nicht an Das ist unmöglich Ah, jetzt kämpft meine Katze gegen ihn Komm mit Ist er weg? Ich hoffe, er ist weg Den Serialzan Digger Nein, 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 nein Sicher nicht Sicherlich nicht Komm mit Und oben Perfekt So, und das ist da oben Bis der Grafisch ist das schon Mörderisch Kann man nichts sagen Wir pissen uns einfach da runter Ich will jetzt nicht die ganze Zeit Da kämpfen Da schaut gut aus Perfekt Und über dem Fluss Ich hoffe, es attackiert mich jetzt da kein Fisch Fischi Kein Fisch, bitte Kein Fisch, bitte Uh, da ist was Blaues Das nehmen wir uns doch glatt mit So, das nehmen wir uns auch mit Perfekt So, und das ist irgendwo da oben Mal schauen, ob ich da irgendwie raufkraxeln kann Mit meinen Kletterhaken Ja Schauen wir mal Mit gut Glück Und dann haben wir wieder eine Hauptmission Ja, das schaut gut aus So Da Irgendwo ein Steinchen Da Perfekt Und nach oben Und rauf Und rauf Und rauf Nein Willst nicht Vielleicht von da Willst da rauf Ja, da willst du rauf Okay Ist ja so ein großer Unterschied So, weiter Das noch weiter oben Natürlich ist es noch weiter oben Zum Arsch der Welt Das Teil Da kann ich mich aber auch raufschwingen Und geht schon Und da weiter Das ist schon du So Sind wir da? Jawohl Direkt vor mir Da drinnen war einer So Was auch immer du da drinnen machst Ich werde dich suchen Und ich werde dich töten Jetzt schon Katze Schnapp sie dir So, passt schon Katze Katze Katze, bleib stehen Katze, was machst du? Katze ist auf Rage Da, ist was Du kannst gerne auf Rage sein Aber ist was Weg damit Wieso? Ich hab's doch grad zerstört Ah, da hinten war noch eins Fuck you Jetzt werde ich überrannt Geht schon Katze Schnapp sie dir Alter Falter Is 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 noch was Schwenk um Schwenk um So Geht schon Bitte sterben So Katze Katze, Katze, Katze Ganz wichtig Katze ist ganz wichtig Komm, weiter Is was Is was Brahe Katze Sehr gut Kopfschuss So Aber das war's noch immer nicht Schaut euch die Xerhan Links auf den Auf der Karte Ist ja nicht normal Was soll ich dann alles Looten An der Tanke Wo ist denn da noch einer Ja, okay Das bringt mich Irgendwo hin Ich suche allerdings den einen Gegner Der da noch lebt Ich glaube es ist nur noch einer Ja, jetzt scheitert das wegen einen Gegner da oder was Da oben war er irgendwo Ah, da ist er Da Katze Hol ihn dir Is Is Sehr gut Baffe Katze So Haben wir schon 4 von 15 Das ist auch gut Sehr, sehr gut Ist das So Allerdings Das Looten möchte ich jetzt nicht alles da Das passt schon Damit kann man umgehen So Als nächstes Im nächsten Part Werden wir den Krieger rausholen Würde ich vorschlagen Sehr gut Da ist sogar schon eins aktiviert Das ist schwer Ja Das ist schwer Das machen wir dann wieder im übernächsten Part Da werde ich auch mal hingehen Damit wir da eine Schnellreise hin machen können Aber wie gesagt Im nächsten Part machen wir den hier da Gut Dann machen wir noch eine Schnellreise dahin Dann haben wir das auch Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen Macht's das gut Tschüss Papa Euer Herzfehler Ok Bis zum nächsten Mal